Hallo miteinander, heute gibt es mal ein kleines Werbevideo von mir, etwas ungewöhnlich vielleicht, aber es kommt von Herzen. Ich war heute im Museum in Lüneburg und wollte mir zwei Sachen angucken, das habe ich dann auch gemacht und ich kann beides empfehlen. Also, Empfehlen Nummer 1 ist, hier vielleicht spiegelverkehrt, O eine Dummel, eine total klasse Ausstellung zum Thema Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit, geht noch bis zum 08.10. Der Eintritt ist frei. Über 60 satirische und karikative Karikaturen, einige Videoeinspielungen, total gut gemacht, total witzig, dann schon mal bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Ich finde das total witzig, da hinten wichtig, da hinzugehen, weil es nicht nur um die Würde des Menschen geht, wie in so einem Grundgesetz, sondern das passt auch überhaupt nicht zu unserem christlichen Menschenbild, das geht ja gar nicht und darum geht, bitte hin, sagt den Leuten Bescheid, angucken, Museum Lüneburg, Eintritt frei, bis 8. Oktober ist das noch zu sehen. Das ist total nett. Wenn man dann noch ein bisschen kann und ein bisschen andere Art von Bildung haben möchte, geht man ein paar Räume weiter und besucht diese Ausstellung hier. Pilgerspuren von Lüneburg bis ans Ende der Welt. Interessante Objekte, im Mittelalter ein bisschen klassischer gemacht, Lesen, Skulpturen, Briefe, Texte dazu, aber durchaus interessant. Interessant, wo sind die im Mittelalter eigentlich schon die Lüneburger hingegangen? Warum sind die nach Rom gepilgert, nach Santiago de Compostela? Was waren die religiösen Motive? Was war aber auch handfest politisch? Was war für das eigene Seelenheil? Was war, wollen wir auch so ein bisschen zum Angeben? Und was haben die eigentlich schon im Mittelalter für Wege gemacht? Und wie ist das finanziert worden? Was haben die eigentlich getan? Sind sie jemals zurückgekommen? Und all solche Fragen durchaus interessant, mit interessanten Objekten. Also zwei Ausstellungen, ein Lüneburger Museum geht dahin. Das ist echt gut. Heute also mal einen Werbeblock, den ich wirklich von Herzen empfehle. Hingehen, machen, anschauen, darüber berichten, weiter erzählen, Rechtsextremismus und pilgern. Zwei gegensätzliche Themen, aber in einem Museum vereint. Heute mal machen und heute mal so Kamera aus der Hand, aber vom Herzen. Bis dann. Tschüss.